das ist ein wunderschönes auto ein jaguar x und von diesem fahrzeug habe ich immer geträumt und jetzt steht er hier in wolfsburg und wartet auf mich also auch die dekoration ist nicht schlecht aber wie gesagt fahrbereit sieht dieses auto im moment nicht aus aber es glänzt es glänzt noch wie vor 50 jahren oder 45 jahren ein schönes auto ein schönes design es ist wirklich ein verlängerter porsche auch wenn die schnauze etwas zu groß ist zu lang und heute würde man mit dem richtigen motor abheben und das auto würde nach hinten fliegen aber wunderschön es bewegt ein wunderschönes auto die schuhe sind nebensache aber auch ein schönes beiwerk und so wird jeder schuh wirklich schöner durch dieses auto also ein echter komfort und etwas schönes anzusehen für die optik für die augen das ist das was mich immer erfreut mein herz meine seele mein verstand meine augen und das was ich sehe ist einfach wunderschön ja wolfsburg hat schöne ansichten eine gute perspektive ja und tolle ideen menschen mit einer kreativen ager ja ich wünsche noch was aufgenommen habe ich dieses bild in der city galerie in der ersten etage bei gallip und ich sag schon mal tschüss aus borsburg und schönen groß